Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder von unserem Fußboden. Wie ich im letzten Video ja schon gesagt habe, da ich sehr kleine Hunde habe, befinde ich mich sehr oft auf diesem, wenn wir Tricks machen. Heute haben wir ein neues kleines Tutorial für euch und zwar geht es ums Kriechen. Kriechen bedeutet, klar wie beim Menschen, der Hund liegt mit dem Bauch am Boden und bewegt sich über die Brustwarzen rübend vor oder auch zurück. Kann man beides machen. Grundvoraussetzung bei mir ist, dass der Hund ein Bodentarget kann. Weil ich möchte auch bei diesem Trick nicht mit Leckerlis locken, sondern möchte, dass der Hund ohne Essen vor der Nase schön denkend herausfinden kann, was ich gerne von ihm möchte. Als Bodentarget benutzen wir solche kleinen Glasuntersetzer. Da kommt auch schon die Bielle. Die wird euch gleich zeigen, wie wir das anfangen. Und Voraussetzung für den Trick ist, dass der Hund dieses Target als Bodentarget kennt. Kannst du mal ein bisschen auf Seite gehen? Boah, streck dich doch noch ein Po in die Kamera. Leg dich mal. Super. Dass der Hund dieses Target als Bodentarget kennt, sprich, dieses Target liegt am Boden und der Hund hat gelernt, es mit den Pfoten zu berühren. Das sieht dann so aus. Target, Tick. Target, Tick. Target, Tick. Target, Tick. Target, Tick. Um das Kriechen jetzt anzufangen, werde ich den Hund ins Liegen legen. Mit Absicht nicht ins Platz. Wir haben da zwei Worte für. Liegen bedeutet sozusagen, da kommt gleich noch was anderes. Und Platz bedeutet, hier bleibst du bitte liegen, egal was passiert. Und deswegen gibt es bei uns eben zwei Wörter. Hier nehmen wir das Liegen. Wir legen also den Hund hin, sie hat es jetzt schon gemacht, und positionieren das Bodentarget genau vor die Füßchen. Tick. Tick. So, dass sie halt im Grunde nur ein Pfötchen nach vorne strecken muss. Tick. Tick. Liegen. Tick. 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 Steht euer Hund dabei auf, habt ihr das Target zu weit nach vorne gelegt. Das ist wirklich eine Millimeterarbeit, wo man sich Zentimeterchen für Zentimeterchen nach vorne arbeitet. Tick. 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 Das Schöne am Bodentarget ist auch, dass man sofort anfangen kann, mit dem Hund in verschiedene Richtungen zu arbeiten und nicht nur auf einen zu. Wie es häufig passiert, wenn man das mit Futterlocken macht oder mit dem Target am eigenen Fuß, da bewegt sich der Hund meist nur kriechend auf jemanden zu, auf einen selbst zu. Und dann wird es relativ schwierig, dem Hund später zu zeigen, man kann auch in eine andere Richtung kriechen. Mit dem Bodentarget kann man das sofort tun. Steh mal auf. Red dich mal rum. Liegen. Tick. Jetzt kriechen wir gerade von euch weg. Kriechen. Tick. Kriechen. Tick. Dass der Popo ein bisschen hoch geht, dabei ist nicht so schlimm. Kriechen. Tick. 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 Super. Wenn der Hund so wie Bielle jetzt gerade schon jedes Mal das richtige Verhalten zeigt, dann könnt ihr auch schon das Wort einführen. Sprich, immer wenn ich sie gerade belohnt habe und sie hat aufgegessen, sage ich ihr das Kriechen und lege den Target ein Stückchen weiter nach vorne. Keks. Target. Kriechen. Tick. Keks. Target. Kriechen. Tick. Liegen. Warten. Kriechen. Tick. Keks. Target. Kriechen. Tick. Keks. Target. Kriechen. Tick. Kriechen. Tick. Kriechen. Tick. Sehr gut. Und. Kriechen. Wenn das schon so schön funktioniert, dann fangt ihr an, den Abstand zwischen den Hundepfoten und dem Target immer größer werden zu lassen. Weiter ist die Bielle noch nicht, deswegen werden wir jetzt keine großen Experimente machen. Kriechen, Tick. Kriechen, Tick. Das war schon ein bisschen zu weit weg. Ihr habt gesehen, dass sie fast ausgestanden ist. Kriechen, Tick. Kriechen. Tick. Ihr habt gesehen, auch wenn ich das Wort etwas zu früh gebe, wiederhole ich es nicht nochmal, sondern warte einfach, bis sie es tut. Kriechen, Tick. Kriechen, Tick. Super. Kriechen, Tick. Sehr schön. Klasse, das Mäuschen. Das war unser kleines Tutorial für euch zum Thema Kriechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr mich noch seht. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt ruhig einen Daumen nach unten. Schreibt dann aber gerne dazu, was euch nicht gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder, wenn die Bielle aus der Kamera verschwindet. Tschöö.